Heute sprechen wir über die besten Crepes Marker. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Crepes Marker. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 4. Die Klatronik Kuppesplatte ist eine verbesserte Version der einfachen Pfannkuchenpfanne, mit der Sie schnell und mühelos köstliche Kuppes zubereiten können. Diese offene Crepes Marker hat eine hohe Leistung von 900 W und erreicht so in wenigen Minuten die gewünschte Temperatur. Es ist wichtig, dass diese Crepes Maschine eine Temperatureinstellung hat, die stufenlos eingestellt werden kann. So können Sie die ideale Backtemperatur für die Crepes bestimmen. Nummer 3. Wenn Sie nicht über viel kulinarisches Knoho verfügen, aber lernen möchten, wie man köstliche und dünne Crepes zubereitet, ist dieser Crepes Marker eine gute Wahl. Die Heizplatte des Sevillen Crepes Marker wird im Gegensatz zu herkömmlichen Bratpfannen gleichmäßig erhitzt. Sie werden Goldbrauneckpes oder Pfannkuchen hergestellt. Auf der Vorderseite befindet sich ein mechanischer Regler, mit dem Sie einfach die ideale Temperatur auswählen können. Dank der Temperaturkontrollleuchte wissen Sie immer, wann Sie den Teig auf die Heizplatte gießen müssen. Nummer 2. Die Herstellung hervorragender Goldbrauneckpes ist ein zeitaufwendiges Verfahren, wie Ihnen jeder erfahrene Koch bestätigen kann. In diesem Fall ist die Crepes Platte von Roussel Hobbs die beste Wahl. Mit diesem Crepes Marker können Sie hervorragende Crepes und Pfannkuchen zubereiten. Kneten Sie den Teig einfach, bevor Sie den Crepes Marker einschalten und einige Minuten warten. Das ist alles. Sie wissen genau, wann Sie den Teig auf die heiße Heizplatte legen müssen, denn dieser Crepes Marker hat eine Temperaturkontrollleuchte auf der Vorderseite. Und die Nummer 1 unserer Liste der Sevien Crepes Marker ist ein tragbarer elektrischer Crepes Marker mit einem starken Heizelement. Mit einer Leistung von 1500 W ist der Crepes Marker praktisch sofort nach dem Einschalten einsatzbereit. Die Heizplatte hat einen Durchmesser von 37 cm. Als Ergebnis können Sie ziemlich große Crepes zubereiten. Sie können Ihre Crepes auch mit verschiedenen Belegen individualisieren. Sie können auch bis zu 4 kleine Crepes oder Pfannkuchen mit einem Durchmesser von nur 10-11 cm backen, wenn Sie kleine Crepes oder Pfannkuchen mögen. Die Crepesplatte ist sehr einfach zu reinigen und zu pflegen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.